Hallo alle zusammen, heute zeige ich, der Jörg von Bodomotion, euch in einem kurzen Video, wie das Bild in die Kamera kommt, welche Aspekte dabei zu beachten sind, was das Bild beeinflusst und vor allen Dingen, was ihr damit machen könnt. Die Welt war ein dunkler und schattiger Ort, bis eines Tages ein Licht aufging. Dieses Licht war klasse, denn man konnte sehen, unheimliche, aber auch tolle Dinge. Schöne Farben und Formen und vor allen Dingen, man wusste, wo die Tür war. Wie es der Zufall so wollte, entdeckte man auch richtig tolle Dinge, die man festhalten wollte, die man besitzen wollte, die man aber vielleicht nicht einfach wegnehmen sollte. Ziemlich cool war, dass diese sowieso schon tollen Dinge sich auch noch veränderten, je nachdem, wie das Licht drauf fiel und welche Farbe das Licht hatte, ob es morgens oder abends war, klar war, es musste etwas her, womit wir in der Lage sein würden, diese Motive festzuhalten, für uns, die Kamera. So eine Kamera ist ein ziemlich wildes technisches Konstrukt, daher schauen wir es uns genauer an. Im Inneren der Kamera werkelt ein Sensor, früher der Film. Der Sensor ist dafür zuständig, wie lichtempfindlich er ist und dementsprechend auch, wie er, also der Film, die Kamera mit dem einfallenden Licht umgeht, wie empfindlich sie darauf reagiert. Damit auf dem Sensor überhaupt irgendetwas Gescheites passiert, brauchen wir etwas, das das viele Licht bündelt und quasi gezielt auf den Sensor bringt. Ein Objektiv. Das Objektiv gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Das hat etwas mit der Brennweite zu tun oder aber auch mit der Lichtempfindlichkeit. Boah, schon wieder Lichtempfindlichkeit, Digga? Ja, denn wie man sich vorstellen kann, muss das Licht durch diesen Tunnel, also das Objektiv, bis zum Sensor kommen. Wie gut es das kann, wie leicht es ihm fällt, ist abhängig von der Blende. Die Blende schließt sich innerhalb des Objektivs bis zu einem kleinen Loch, wenn man möchte. Und so gelangen nur noch ganz speziell ausgerichtete Lichtstrahlen bis zum Sensor. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Blende die Schärfe eines Bildes beeinflusst. Kommen wir nun aber wieder zurück zu dem Objekt unserer Begierde. Wir haben festgestellt, dass wir etwas haben, was lichtempfindlich ist und unser Bild aufnimmt. Wir haben ein Objektiv, welches das Objekt zu uns bringt durch die Brennweite, das Licht richtet und die Schärfe beeinflusst. Was wir nun brauchen, ist etwas Dunkelheit. Ob man es glaubt oder nicht, aber ohne Dunkelheit kein Foto, denn irgendwo muss Schluss sein. Dafür brauchen wir ein neues Element in unserer Kamera, den Shutter oder den Verschluss. Der Verschluss steuert, wie lange oder wie kurz das Licht durch das Objektiv an der Blende vorbei auf den lichtempfindlichen Sensor fällt. Zum Beispiel sorgt ein längerer Verschluss dafür, dass bei wenig vorhandenem Licht, zum Beispiel in der Dämmerung oder einem etwas dunkleren Raum, mehr Licht auf den Sensor fällt. Wir haben also an dieser Stelle schon die wichtigsten Werkzeuge in unserem Setzkasten, um ein Bild aufzunehmen. Wir haben den Sensor, der für die ursprüngliche Aufnahme des Bildes in die Kamera zuständig ist, wie der Film. Wir haben die ISO, die als Lichtempfindlichkeit gilt. Durch das Objektiv erhalten wir auch eine Brennweite. Die Brennweite ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie viel Bild und Umgebung wir sehen. Wir haben eine Blende innerhalb des Objektivs, mit welcher wir die Schärfe steuern. Wir haben einen Verschluss, der dafür zuständig ist, den Zeitraum zu bestimmen, in dem Licht auf unseren Sensor fällt. Wie zum Beispiel in einem dunklen Raum, wo wir etwas länger brauchen, um die gewünschte Menge Licht in die Kamera zu bekommen. Und zum Schluss, zu guter Letzt, haben wir auch noch den Weißabgleich, der dafür zuständig ist, uns den entsprechenden Farblook zu geben. Wir erinnern uns, morgens kalt, abends warm. Mit diesen Werkzeugen sind wir jetzt in der Lage, das Objekt unserer Begierde festzuhalten, ohne es irgendwo wegzubewegen oder einzusperren. Durch die Kombination von Lichtempfindlichkeit, Brennweite, Blende und Verschlusszeit sind wir nun in der Lage, schöne Porträts, Landschaftsaufnahmen oder was auch immer zu erstellen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß mit eurer Fotografie und bei Fragen, schreibt mich an info at bodemotion.de oder gern auch auf Facebook unter Bodemotion. Motivation ist alles, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, lasst mir ein Like da, bis dahin.